Zurück bei Summer in Mara. So, ähm... Irgendwas, was jetzt direkt wächst? Nein, nix. Das heißt, dann nehmen wir jetzt den Brunnen hier, zack, und gehen hier einmal rauf und runter und rauf und runter und runter und rauf und... Für die paar brauche ich jetzt echt nochmal Wasser? Naja. Gut, jetzt kann ich die füttern. Jetzt muss ich aber auch genau drauf achten, wann ist das fertig. Gegebenenfalls bekomme ich dann nämlich wieder hier das Fertigsein. Nein, immer noch nicht. Fünf. Das heißt, irgendwo ist hier noch ein Huhn. Oh. Ja, dich hat er noch nicht gefüttert. Schön streicheln. Nein, ich wollte... Blödes Hühnchen. Dann ist gleich auf den Döner. Hilfe, die verfolgen mich. Ich werde von Hühnern verfolgt. Oder von Küken. Stimmt, ich muss noch zwei Seile herstellen. Ich muss noch zwei Seile herstellen. Beziehungsweise insgesamt sogar vier, wenn man es mal so nimmt. Das heißt, also ich brauche erstmal Bretter. Ich glaube, vier Stück waren das. So, ich darf herstellen hiermit. Ach, nur drei Stück. Verdammt. Ich brauche irgendwoher noch Seile. Seile, 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 Seile. Ach, Mist. Nägel. Das ist jetzt halt die Frage, was achte ich jetzt als richtiger? Mund? Moment. Nägel darf ich gar nicht herstellen, ne? Stimmt, ich hätte ich nur gefunden. Verdammt. No. Mon Dieu, Skandal. Das kann doch gar nicht sein. Mist, ich muss echt noch Nägel irgendwo finden. Oh. Monsieur Kirsche. Ich nehme mir mit. So, ja, da ist auch nichts. Und wie solltest du das einsammeln? Aber ich habe ganz vergessen, darauf zu achten, ob ich da jetzt schlagen muss oder nicht. So. Dann ganz kurz den Berg hoch. ein Pfirsich. Ja, darf ich nicht hauen. Ein Pfirsich und einer ist hier runtergefallen. Da. Der kullert hier ganz genüsslich runter. Ist die Granate vielleicht da? Na, egal. So, ähm. Achso, mit dem besseren Hammer. Wow, hier ist schon wieder ein Fisch drin. Ole, ole. Verkaußt jetzt noch nicht. Wir gucken noch kurz nach den Bananen. Banane. Nö, hier ist weiter nichts. Okay. So, Moni, Moni. Ach. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Ich könnte jetzt die Kiste aufmachen, aber nö. Nö, 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 nö. Brauche ich gerade nicht. Na, halt. Ich muss in den Süden. Zum Mond kann ich dann mich wieder hinteleportieren, ne? Oder? Ja, da kann ich mich locker hinteleportieren. Erstmal gucken, ob ich mich wirklich teleportieren kann. Ich zeige jetzt den besseren Hammer. Dann siehst du, boah. Du hast echt einen guten Hammer. Den legendären Hammer. Oder einzigartigen Hammer. Wie hieß er? Weiß jetzt gerade nicht. Toll. Ja, es freut mich, dass ich die sieben Welten ihre sauber halte, ne? Also so ist es jetzt nicht. Hier ist eine Kiste. Da war eine Kiste. Da ist ein Fass. So, jetzt kann sie sich nicht mehr beschweren. Oh. Da bin ich. Jetzt hast du nichts mehr, um dich zu beschweren. Jetzt habe ich einen Schmiedehammer. Nicht schlecht. Warte mal. Wir müssen über die Elits reden. Elits? Ich habe sie auf Qeles gesehen. Saimi hat mich gebeten, dich nach ihnen zu fragen. Was machen die Elits in Mara? Kennst du sie? Ich habe Abhandlungen über ihre Technologien gelesen. Die Elits sind eine Zivilisation, die vom Fortschritt besessen ist. Koste es, was es wolle. Elits sind gefährlich. Sie bedeuten die natürlichen Ressourcen, sie beuten die natürlichen Ressourcen vieler Planeten für ihren eigenen Fortschritt aus. Saimi hat mir gesagt, dass du mir helfen kannst, mehr über sie herauszufinden. Mir sind Elits ziemlich egal, aber mir geht es hier auf meiner Insel gut, soweit geht, soweit fickt von allen Problemen. Aber wir müssen etwas gegen sie tun. Mara ist in Gefahr und du kannst mir helfen. Ich bin für Mara nicht mehr nützlich. Ich glaube nicht, dass ich etwas tun kann. Und ich gebe dir einen Rat. Das Beste ist es, sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Lebe gut. Lebe geruhsam. Lebe du gut. Erlebst du gut? Ich denke schon. Ich bin mir sicher, dass du nicht einmal einen Stall hast. Einen Stall? Ja, einen guten Stall. Was hat einen Stall mit dem zu tun, worüber wir gerade geredet haben? Vergiss die Elits und alles. Das Wichtigste für dich sollte jetzt sein, einen Stall zu bauen und ein geruhsames Leben auf deinem Bauernhof zu führen. Ich gebe dir eines meiner Schafe, dann kannst du sie in deinem neuen Stall unterbringen. Zeigst du mir, wie man einen baut? Bitte? Sehe ich denn aus wie eine Stallarchitektin? Wenn ich nur einen Ankh kennen würde... Ich kenne einen Ankh auf Quelis. Die Ankh sind die besten, wenn es um das Bauen von Ställen geht. Geh und bitte ihnen um Hilfe. Hilfst du mir danach mit den Elits? Wir werden sehen. Werkzeugschrank und rede mit Awan. Warte mal, bei dir konnte ich doch handeln. Nur Schrauben, aber kein... Mann. Aber trotzdem, hier könnte ich schon wieder Melonen kaufen. Hm. Warte mal, kann ich bei dir Bananen verkaufen? Gut. Nee, schade. Das wär's. Oh. Küche? Ja, ich räume gern bei dir die Bude auf. Ein Schlüssel. Und ein paar Münzen. Hm. Oh. 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 Das sind Sachen, die mein Herz... in die Höhe springen lässt. Auf Freude. Na toll. Dann mach ich das erste von diesen blöden Erzen kaputt und dann ist nix drin. Nee, super. Oh, wir sind Seerobben. Oder Seelöwen. Wie auch immer. Finde ich schön. So, äh... Wollen wir denn das nächste? Das nächste, da haben wir das nächste. Ich glaube, da oben einen gesehen zu haben. Oder auch nicht. Dann halt da unten. Den wollen wir erstmal haben. Das finde ich richtig gut. Eins, zwei... E, drei, drei... Das nehmen wir trotzdem mit. Okay. Weiß gar nicht, wie viel ich von diesen besonderen Erzten schon habe, aber... Ich brauche ja hier noch einiges. 13 Eier. Da brauche ich noch einiges, ne? Kann ich nicht einsammeln. Das sind einfach nur Steine. Super. Ja. Jetzt verstehe ich mir gerade die Frage. Au, 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 au. Möchte ich da irgendwie hoch? Da könnte ich hochkommen. Äh, eine unsichtbare Mauer. Ernsthaft? Ich darf nicht hoch zum Vulkan. Das finde ich dann wiederum schade, wenn sie da so eine unsichtbare Mauer einbauen. Hier seht ihr, da darf ich nicht hoch. Finde ich richtig schade. Das hätte man auch noch schön anders verpacken können. Naja. Das ist dann ein kleiner Kritikpunkt von mir. Unsichtbare Mauern sind immer etwas... ...was man in einem Spiel gerne mal vermeiden sollte. Oder sogar zwangsweise vermeiden muss. Denn das Spielerlebnis wird dadurch richtig stark getrübt. Jetzt schnell wieder nach Hause zurück. Wir haben wieder einiges zum Einpflanzen bekommen. Wir haben ein paar Ressourcen gesammelt. Ich glaube, da vorne bekommen wir noch mal ein Hühnchen. Das sollte ich mir auch holen. Nein, es ist verschwunden. Nein, es ist noch da. Ha! Ich habe das Hühnchen. Jetzt kriege ich sogar sechs Eier pro Tag. Wenn ich will. Ich finde, das hat sich dann gelohnt. Okay. So, dann schnell wieder... ...zurück. Ja, ich habe ein neues Huhn, das weiß ich. Aber bleibt das Schaf jetzt so lange bei mir... ...mh... ...bleibt es zu lange auf meinem Schiff... ...boot, bis ich das... ...den Schafstall ausgebaut habe, oder was? Nee. Ernsthaft? Ihr seid jetzt am Schlafen, ne? Na klar. So, warte mal. Was kann ich jetzt alles bauen? Ich darf doch jetzt hier... Ah, dafür brauche ich Nägel. Okay. Mine in... Ach. Okay. Werkzeugschrank. Brauche ich Schrauben. Und davon darf ich jetzt... Wie viel dürfte ich da herstellen? Was? Ja, und er will ja ein paar davon haben. Insofern bringt mich das schon mal nicht weiter. Oh, großer Blumentopf. Wie viel darf ich davon jetzt wieder herstellen? Ich sag doch beim nächsten Mal, es gibt richtig viel Kohle. 25, wartet mal. Viel Stück bräuchte ich. Dann könnte ich damit nochmal... ...so einen Topf herstellen. Ja. Geil. Geil. Das lohnt sich. Und hier so einen Kupferbarren herstellen lohnt sich auch nochmal. Na gut, das ist ja herstellen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Vielleicht kann ich was Papier bei Saimi verkaufen. Weil die Papierboote könnten auch nochmal was wert sein, ne? Ja klar, warum nicht? So, warte mal. Was würde mir der Dünger nochmal bringen? Kohle, Schwimmer. Schwimmer muss ich immer finden. Achso, halt. Ich wollte schlafen. Ich hätte gerne das Rezept für Spiegelei. Fällt mir gerade ein. Ähm. Okay. Wie viel bekommen wir raus? Sechs Stück. Schön. So, und wenn ich jetzt alles gieße, dann... ...ist das nächste fertig. Soll ich das hier... ...meine Geldbörse würde dann wieder explodieren. So. Okay. Ja, guckt euch jetzt mal an, was wir jetzt hier rausholen. Ja, ich weiß, dass ihr gleich was zu essen wollt. Äh. Und wenn du mich nicht festhalten würdest, du Küken... ...dann würdest du auch schneller was zu essen bekommen, wenn ich hier fertig bin. Küken verfolgt mich. Äh. Nein, du sollst das Küken füttern und das soll mich in Ruhe lassen. Achso. Deswegen hat er das gemacht. Okay. Ich hab's verstanden. Das ist nochmal Paprika zum Ernten. So. Füttern. Und fertig. Füttern. Ich hab jetzt erst einen Huhn gefüttert. Da ist noch das nächste. Und irgendwo ist noch ein Huhn zum Füttern. Komm her. Irgendwo ist noch ein Huhn zum Füttern. Hatte ich dich schon gefüttert? Nein. Dich hatte ich schon gefüttert, ne? Ja. 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 Ich würde sagen, ich brauche insgesamt acht Hühner, damit das funktioniert. Aber gut, acht Hühner ist jetzt auch nicht das Ding, so wie ich hier Hühner unterwegs finde. Dann klettern wir mal ganz kurz hier den Berg hoch. Oh. Die Granatäpfel sind auch fertig. Natürlich muss der für sich runterfallen. Schaut, der Granatäpfel ist noch nicht fertig. So. Hier bekommt er auch Opfergabe. So. Schauen wir einfach mal, ob hier die... ...Mine wieder aufgefüllt ist. Natürlich sehr schön wäre, wenn sie aufgefüllt wäre. Aber es sieht ja eigentlich danach aus, ne? Wenn wir jetzt hier mal so draußen gucken. Ja, die wäre aufgefüllt, aber leider nicht mit Silber. Insofern brauche ich da jetzt erstmal nicht rein. Dann kann ich mich rein theoretisch gleich auf den Weg machen. Ich habe ja dann einiges zu verkaufen. Und zwar eigentlich nicht nur einiges, sondern sehr viel. Allein die ganzen Pötte, die ich da habe. Wahrscheinlich gibt es da noch irgendwo eine Möglichkeit, sogar noch mehr Geld zu machen. Aber ich bin jetzt schon ganz glücklich damit. Besonders, wie viele Aufgaben wir jetzt wieder abschließen können. Das ist einfach mega. Das ist einfach Hammer. Na, komm. Lust. Manchmal sind die Ladezeiten ein bisschen lang. So. Okay, also was sollten wir jetzt hier... Avan. Haben wir auch. Können wir noch nicht. Munde das Seil bringen. Ihm die Muscheln bringen. Ich übrigens auch kaufen könnte jetzt ohne Probleme. Hahaha. Alles dank YouTube-Money so ungefähr. Ne, natürlich nicht. So schön. Hier hast du alles, was du wolltest. Ah. Keine Sorge, ich habe sie bereits repariert. Während ich auf dem Planeten Ankora festgesessen habe, habe ich einige Tricks gelernt. Wow. Du bist so geschickt. Ich gehe jetzt erstmal schwimmen. Wenn du möchtest, kannst du meine Limo austrinken. Ist ja nicht so, dass ich das selber herstellen hätte können, ne? So hatten wir wieder Aufgaben. Ja. Entschuldige, könntest du vielleicht eine Pizza für mich holen? Kein Problem. Ich frage einfach Bram. Vielen Dank. Danke, dass du das für mich getragen hast. Ich hätte es auch selbst getan, aber... Aber ich habe doch die Pizza. Ähm... Weißt du, wie man eine Pizza macht? Äh... Ja, aber meistens gelingt sie mir nicht so gut. Und eigentlich bin ich im Moment auch sehr beschäftigt. Okay, okay. Ähm... Wenn du mir das Rezept gibst, kann ich mich selbst darum kümmern. Also gut. Sag, Taka, aber bitte nichts darüber. Es ist ein Geheimrezept für Pizza. Ich werde es für mich behalten. So. Gut. Also ich darf jetzt Pizza herstellen. Könnte ich sie denn einfach so herstellen? Hm? Was bräuchte ich denn dafür? Tomaten, Zwiebel, Mehl. Gut. Zum Glück habe ich Pizza immer unterwegs gefunden. Hier, Mon. Ganz frisch. Ganz frisch. Ist aus keiner Dose oder irgendwas, ne? Eine Pizza für das Fräulein. Toll. Sieht aber lecker aus. Meine Komplimentar den Koch. Ich werde solche Dinge vermissen, wenn wir erst einmal mit unserer Mission auf Ava beginnen. Ich habe die Pizza selbst gemacht. Dann meine Glückwünsche an dich, du Meisterköchin. Ich bin keine Köchin. Arbeitest du nicht in der Strandbar? Äh, nein. Ich bin eine Abenteurerin. Ich reise von Ort zu Ort und tue verschiedene Dinge. Oh. Das tut mir leid. Ich dachte, du wärst die Kellnerin. Entschuldige. Das ist schon in Ordnung. Wenn du sonst noch etwas brauchst, sag mir einfach Bescheid. Das ist mir wirklich peinlich. Kann ich dir etwas als Gegenleistung geben? Hier, nimm mein T-Shirt. Ich habe es in einem kleinen Laden am Hafen gekauft. Ist das für mich? Äh, ja. Es ist etwas zu klein für mich. Außerdem warst du so nett zu mir. Toll. Super. Eine schicke Insel hast du ja. Na super. Hat sie jetzt keine Aufgaben mehr für mich. Ach, Mund haben wir einen oder Presse. Naja, egal. Ähm. Okay. Dann jetzt als nächstes. Was wollte der nochmal so alles kaufen? Ach stimmt. Bei ihm war die Pilzsuppe so gut, ne? Zum Verkaufen. Und der Salat ist bei ihm auch noch was wert. Na, das lohnt sich doch. Oh, und die Sardine. Oh, der Zander. Das machen wir doch schon mal. Das ist, äh, akzeptabel. Hey, warum arbeitest du für Avan? Oh, du tratschst wohl gerne. Tut mir leid. War nur ein Witz, mein Kind. Ähm. Ich versuche Geld zu sparen, um mir ein Piratenschiff zu kaufen. Ich werde eine hervorragende Kapitänin sein. Und durch ganz Mara segeln. Das klingt großartig. Da du schon mal hier bist, könntest du mir auch zur Hand gehen. Wie denn? Das andere Katzenkind hat etwas, das ich haben will. Ich habe es gesehen. Ein Pirat in Augenklappe. Warum willst du denn eine Augenklappe haben? Alle Piraten haben eine Augenklappe. Ist gut, ich frage ihn. Ähm. Hallo, Koa. Was möchtest du? Avan, ähm. Ich brauche einen Stall. Auf meinem Planeten Ankora gibt es die besten Ställe. Ah, sehr gut. Könntest du mir beibringen, wie man einen baut? Das Problem ist, dass ich im Moment komplett in Arbeit ertrinke. Dieser blöde Taka und seine Strandbahn nehmen mir die wenigen Kunden weg, die ich habe. Wenn ich nur einen größeren Vorrat an Mehl hätte. Kann ich etwas tun? Hast du Weizensamen? Nein. Hast du Weizen? Nein. Hast du eine Mühle? Nein. Du brauchst eine Mühle. Hier, nimm diese Samen und die Blaupause für eine Mühle. Wenn du mir genügend Mehl bringst, habe ich vielleicht genug Zeit, um dir das zu zeigen, wie man einen Stall baut. Weizensamen. Und ich darf eine Mühle bauen. Okay. Klar. Logik. Oh. Das wächst alles wieder nach? Ja, nice. Also Leute, wenn ihr mal irgendwann Geldsorgen habt oder so, hüpft einfach mal in die Hintergärten. Manchmal findet man hier was Nützliches. Wobei ich nicht weiß, was mir das bringt, das zu entsorgen. Äh, Onsi? Kannst du mir etwas geben? Ähm. Onsi? Na gut, Onso. Was willst du? Hast du eine Piraten-Augenklappe? Hm. Ich habe eine Augenklappe, aber das ist keine Augenklappe für Piraten. Sie gehört einem meiner Vorfahren. Er hatte ein gelähmtes Auge. Bist du sicher, dass es keine Piraten-Augenklappe ist? Ja, das bin ich. Und du weißt auch nichts über einen Piraten mit einer Augenklappe? Stimmt's? In meinem Tagebuch kommt es öfter in den Namen Grand Loom vor. Sein erster Mat war Ireti, ein Guido und berühmter Wettseglerin. Grand Loom trug eine Augenklappe. Das ist gut genug für mich. Ja, aber er hat sie mir jetzt nicht gegeben. Er hat mir nur die Geschichte erzählt. Naja. So, handeln. Ja, erstmal hier Paprika kaufen. Klar, hatte ich ja gesagt. Dann Mais-Samen können wir kaufen. Weizensamen kann ich auch nochmal kaufen. So, und jetzt kann ich noch verkaufen. Und zwar, wo haben wir es denn? Hatte ich nicht Paprika geerntet? War es nicht bei ihr Paprika zu verkaufen? Oder bin ich jetzt bescheuert? Ach da. Paprika. Ja. Pinienkerne bringen mir bei dir jetzt nix. Rote Beete, Sonnenblumen. Ah, Pfirsiche. Ja, komm. Kann ich auch loswerden. So viel esse ich von denen jetzt eh nicht. Genau, sieh, die Kirschen. Zitronen. Die Orangen behalte ich. Salat kann ich auch erstmal bis acht wegmachen. Rote Beete auch. Silberner Schlüssel. Nein, 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 nein. Die Fischsuppe. Teilmaß Salat. Nein. Aber ich bin ja nicht fertig. Haha. So, ich glaub du warst es, ne? Genau. Oh, guckt euch das mal an. Oh, oh, oh. Leute, ist das geil, oder? So, handeln. Hast du Nägel? Ne. Sie hat keine Nägel. Da ist ich jetzt doof. Hast du Nägel? Hm? Ne, du hättest Sonnenblumen. Und Kürbiskerne. Ähm. Gut, bringen wir die Augenklappe noch kurz zurück. Ich hab da eine Augenklappe. Sie gehörte Grand Loom. Was, wirklich? Das ist unglaublich. Wie ist sie uns denn in die Hände gefallen? Rete hat sie ihm gegeben. Rete? Die berühmte Wettseglerin? Eine unglaubliche Geschichte. Ja, wirklich, unglaublich. Das ist zwar nicht so wertvoll, aber ich hoffe, es ist genug, um mich bei dir zu revanchieren. Kirschen, wow. Okay. Hat sonst noch irgendjemand eine Aufgabe? Ach, nochmal mit Majo reden. Cool, du bist gerade beschäftigt, oder? Nicht wirklich? Könntest du ein paar Fische für mich fangen? Lässt du Arwen wissen, dass ich sie gefangen habe? Natürlich. Wann habe ich denn jemals dich angelogen? Immer? Bitte, bitte. Was für einen Fisch brauchst du? Rotflossenwels und Zander. Beide leben im See mit Süßwasser. Avon ist davon besessen, neue Gerichte zu krieren. Er arbeitet fieberhaft daran, authentische Guido-Aromen zu meistern. Ist in Ordnung. Ah, super. Na toll. Davon habe ich noch nicht ein. Das darf ich hier auch noch suchen. Aber okay. Ist ja akzeptabel. Sonst muss ich jetzt hier nichts, ne? Da muss ich das jetzt herstellen. Ja gut, das hätte ich jetzt noch zu dem bringen können, aber das macht jetzt gerade keinen Unterschied. Ob ich das beim nächsten Mal mache, weil ich brauche das andere erstmal viel wichtiger. Ich brauche nämlich einen Stall, denn ich möchte nicht die ganze Zeit mit dem Schaf hier quer durch die Wallachai fahren. Was ich jetzt schon die ganze Zeit mache. Und ich habe jetzt eh schon wieder so viel... Ich habe so viel gekauft. Oder wieder so viel... Wo ich am Anfang kein Geld hatte, habe ich jetzt massig Geld. Aber ist in Ordnung. Finde ich ja gut. Ich meine, das freut mich. So brauche ich mir keine Sorgen um irgendwelche finanziellen Mittel machen. Und ich denke mal, so eine Mühle wird doch schnell gebaut sein. Ich hätte vielleicht erstmal gucken sollen, was ich für die Mühle brauche. Wahrscheinlich muss ich dann wieder losschippern und wieder was holen und... Das war auch wieder doof von mir, ne? Gucken wir doch gleich mal. Was brauche ich denn für die Mühle? Ja, eine Nagel. Ah, ich habe die Nägel vergessen. Okay, Memo an mich selber. Beim nächsten Mal genügend Nägel kaufen. So, ähm... Aber ich kann in der Zeit schon mal den Weizen pflanzen. Hier würde ich mich jetzt gerne über eine andere Sortierung freuen, aber... Naja. Vielleicht kann ich mit dem Mehl auch wieder Geld gewinnen machen. Hm... Na komm, dann bin ich die Kauten auch gleich los. Und da dann... Auch noch Weizen nennen. Ich mache jetzt hier alles voll, was irgendwo voll zu machen geht. Ich meine, ich habe genügend Wasser. So. Nein. Hä? War ich ja noch nicht gefüttert? Stopp. Erst das Ei abholen. Eins, zwei... Drei... Ich dachte, ich hätte die Hühner schon gefüttert. Ja. Und noch mehr Eier. Das habe ich schon 39 Eier. Was soll ich mit den ganzen Eiern? Oh Mann. Ich habe viel zu viele Eier. Gucken wir mal. Kann ich Rührei, Spiegelei machen? Ähm... Nö. 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 Ja, wo kann ich überhaupt die Eier einsetzen? Ach, bei Nudeln. Räuchte ich aber Mehl und Zwiebeln. Und bei der Pilzzuppe. Erdbeer mit Schokolade. Komm. Was schadet's? Ich könnte noch Bratkartoffeln herstellen. Hm. Ja, aber ich kann wirklich kein Rührei, ne? Das, was jetzt eigentlich so für mich am sinnigsten wäre, das kann ich nicht. Hier kann ich auch nichts Neues. Nö. Hier kann ich jetzt noch die letzten Sachen für die Steine herstellen. Dann war es das auch schon. Damit könnte ich nochmal einen großen Topf herstellen. Ja gut, rein theoretisch, äh... Habe ich ja damit jetzt... Ja. Wieder eine gute Basis, um irgendwo Geld zu verdienen. Und, äh, ich würde sagen, diese ganze Basis werden wir dann... In der nächsten Folge umsetzen. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage... Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trochertrein. Tschö tschö. Tschö tschö. Tschö 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 Vielen Dank.